Oh, ich bepresse jetzt aber, wenn du einmal zu Fuß bist, schnell lieber auf die andere Seite. Du am Zebrastreifen, du. Ja, wo tappt denn der noch? Träumt der. Kopf hoch! Sieh denn der nicht, dass es rot ist? Mensch, pass doch auf, wo noch einer tust. Achtung, wo klatscht du noch? Sagt sie, wenn sie mir da war, rast du entlang, wie er gesehnte, ohne Rücksicht und Verluste. Wie wenn ihm der Leibhaftig kehrt ihm die Straße rein, hockt da auf seinem Bock wieder auf dem Schleifstall. Hat der sie noch alle? Wo guckt denn der noch? Kannst du denn nicht aufpassen? Mensch, mach doch dein Klotzbeppel auf, du schlaufer, du. Hat der Tomaten auf die Augen? Du hast doch einen Zebrastreifen. Pass doch auf und nachfahre, du. Um ein Herrle hoch hätte er mich jetzt. Du, 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 Rennfahrer, du. Ja, so ein Traumdänzer. Meint denn der, der ist allein unterwegs? Wo hat denn der sein sieben Sinn? Euglich, mein Handy habe ich gerade noch festgekommen gebracht. Der ist schon so hell wie die Nachtdunkel. Und sowas lehnen Sie jeden Tag auf die Straße? Der Kopf nur zum Helm tragen. Heut brauchst du nicht mehr hin dazu. Es langt ein Ausflug in den Straßenverkehr. Was bruttelt und fuchtelt der eigentlich ständig da rum? Das will ich jetzt genau wissen. Ich fahr noch einmal zurück. Vorsicht, ich bekomm da noch einmal retour. Der Verkehrsraud, was will denn der? Noch mehr in meinen Haar schwitzen? Geh mal besser einen Schritt re-quetzig. Macht sich auch noch wichtig, der Brillenatze. Mit so einem hoch erhobenen Zeugefinger im Gesichtsausdruck. Sie, Sie werden entschuldigen müssen. Ich hätte da gerne mal eine Frage. Ja, was will denn der eigentlich von mir? Der, der Verkehrsauffinger, der? Was wurmeln Sie denn dauernd vor sich noch? Ja, so viel Unvernunft. Schlafen Sie noch? Sie, Sie verkehrsinnen ist Sie. Ist Ihnen eigentlich schon aufgefallen, dass da auch für Sie eine Fußgängerampel ist? Und für Sie ist Rot, Sie Letztbänkler. Oh, ich mache da noch einen auf, Herr Oberlehrer. Oder sind Sie farberblind? Da, das Gelbe da an dem Pfosten, das ist Ihr Drucktast. Hören Sie? Die tut sogar nacken für, für Leute wie Sie eben. Nur drauf drücken. Dann tut da die Fußgängerampel auch für Sie auf grünen Schalter. Aber Ihr Brillen liegt wahrscheinlich noch auf dem Nachtischchen. Jetzt wird der Ding auch noch frech. Was bildet denn der sich ein? Schon erstgläßle tut's wissen. Bei Rot stehen, also nicht bewegen. Bei Grün gehen, hohe Fuß vor der Anna. Aber wo das durchgenommen worden ist, da haben Sie wahrscheinlich gefehlt. Hast sie du doch alle. Was glaubst denn du, wer du bist? Du, Oberschlaule, du. Meinst du auch noch, du bist im Recht? Also nur, wenn's grün ist, loslafen, gell? Das ist zweit liegt von oben. Und von unten, zuerst, Auge auf im Verkehr. Und gegenseitige Rücksichtnorm. Wenn das für Sie kein Fremdwort ist. Ahebe ist wirklich gut. Das ist jubilatigend. Mach das weiter, kommst du sonst da. Aber halt, halt. Am besten gar nicht ignorieren. Immer die drei A beachten. Also Alter, Absicht, Aufmerksamkeit. Wer langsam tut, Sie wissen ja. Und vor Inbetriebnahme, vor Mundwerk, bitte immer das Hirnei schalten. Wünsch Ihnen noch einen schönen Tag, einen schönen. Ja, tu mich auch, hab ich ganz leise in mich hineingenkt. Du, du, Radfahrer, du. Eben macht er sich vom Acker. Sonst hätte er vielleicht noch ebens gesagt. Oh, du, guck na. Da ist schon das Kästchen. Das hab ich gar nicht. Verlauter Handy. Egal, das muss der doch sehen, dass ich so saumäßig eilig habe, du. Der kennt ja gefälligst aufpassen. Ich hab den ja gar nicht klingeln gehört. Hat er überhaupt praktisch eil? Rücksicht, heißt es sauber, wot. Nicht weg, du. Da komm ich. Was hubt denn der jetzt in dem schwarzen Suf, du? Vorsicht, alter. Passt er auf? Wie? Was? Rot. Mensch, ich hab ja wieder nicht. Nix für ungut, gell? Eben muss ich aber fuseln. Jetzt pressiert es ganz arg. Nix für revise. Ich bin fast hinter dem schwarzen Dich. Nix für sechs. Hierin soll ich vorschlagen. considering Bindermaschro oneاخ. Vielen Dank.